Hallo Freunde der Sonne, ich habe mir gerade was vorgenommen, was Beklopptes zu machen. T16 Maps und so bin ich ja schon gelaufen, aber ich habe gerade eine 45 Chaos teure Minotaur aus dem alten Spiel gefunden. Ich habe mir gedacht, das nehme ich mal auf, also meine erste Aufnahme mit dem neuen Mikrofon, weil wir müssen das ja mal testen, ob das alles so klappt. Ich habe so ein bisschen noch mal mit reingeschmissen und ich hoffe, ich schaffe das jetzt auch, was ich mir da vorgenommen habe. Wieso kann ich das jetzt nicht? Ich hasse das. So, jetzt kann ich es aktivieren. Okay, also drückt mir die Daumen. Dabei werde ich garantiert nicht viel quatschen, das steht außer Frage. Auf geht's. Na gut, das läuft schon mal ganz normal, ne? Ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe keine Ahnung, also was mich jetzt hier genau erwartet, ne? Das ist halt das erste Mal jetzt. Ich meine, die habe ich gerade durch Zufall gefunden, ne? Die hätte ich mir nicht gekauft, ey, die ist sau teuer, ne? 45 Chaos, alter. Ganz ohne mich. Also ganz ehrlich, ich vermisse ja die ganzen Dinger hier, ne? Die konnte man so schön farmen, mit dem Bild hier vor allem. Die anderen Bilds davor, da habe ich ja nie hingekriegt. Ich wette, ich wette auch, ich gehe gleich beim Boss ran und kriege ich erst mal voll einen in die Fresse. Aber das ist okay. Also ich denke, ein Schaffen werde ich ihn wohl. Ich werde halt vielleicht ein paar Mal ein paar Versuche benötigen. Weil der Bild ist ja nicht so stark wie beim letzten Mal. Hallo Fusing Orb. Lass mal sehen, hier, komm. Schizzle in my nizzle. Ich hoffe, die Aufnahme wird gut mit dem MIG, ey. Hätte mir vielleicht eine normale Map erst mal zum Testen aussuchen sollen. Falls ich sie hinterher wieder wegwerfen muss, die Aufnahme. Aber ist egal, ist egal. Von nix kommt nix, ne? Let's rock'n'roll. Ich liebe den Bild, ne? Der ist nicht mehr so stark, wie ich schon gerade sagte, aber... Das ist schon... Das ist schon stark. Anders kann man das nicht sagen. Das ist schon ein starker Bild. Ich glaube, das ist auch der stärkste, den ich hier hatte. Nur aufpassen, dass ich hier nicht allzu Brain AFK werde. Okay. Wir sind fast da. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Mortal. Auf geht's. No risk, no fun. Oh, das ist so ein Arschloch. Ich hasse den eigentlich. Können gleich diese Scheiß-Explosionen kommen, bin ich sowieso tot. Oder wenn die Steine von oben runterfallen, meine ich. Alter, ich hab den Schlag gerade abbekommen, ist nix passiert. What? Okay. Kann man machen. Jetzt kommen die Steine. Au, au, au. Ich hasse die. Aua. Jetzt hab ich keine Dings mehr. Jetzt wird's eklig. Ja. Genau wie erwartet. Die Scheiß-Steine. Ja. Jetzt bin ich gleich tot. Komm, steht doch... Alter, der kriegt ja überhaupt kein Damage. Okay. Das hatte ich mir so nicht gedacht. Alter, der kriegt ja überhaupt kein Damage. Na ja gut, ich meine, ich hätte vielleicht Awakening Level 4 ausmachen sollen. Äh. Okay, das war ein Fail. Alter, das ist ja ein Kampf. Alter, Vater. Okay, Awakening Level 4. Ähm, erklär ich gleich was zu, wenn wir fertig sind. Das hab ich komplett vergessen auszuschalten. Das hab ich komplett vergessen auszuschalten. Woah. Alter, ich mach übelsten Damage normalerweise. Und der hier, der steckt das so weg, ne? Aua. Jetzt hab ich keine Flasks mehr. Ich hab doch keine Flasks mehr. Oh, du kannst mich mal. Puh, kurze Pause. Ei, 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 ei. Gut. Ähm. Kurz meine Leute hallen. Und wieder rein. Ja. Okay. Okay. Wie erwartet. Aber, aber gut, ich hab's halt auch echt verkackt, ne? Mit der Einstellung. Ah, wieder rein. Okay. 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 Komm, fall doch einfach um. Ja. Ja, 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 ja. Aua, aua. Aber ist gleich fertig. Schaffen tun wir ihn immerhin, ne? Auf Awakening 4. Oh mein Gott, hab ich mir aber auch was gemacht, ey. Okay. Tschüss, du Arsch. Puh. Alter Vater. Äh, ja, ähm. Tatsächlich. Ah. Äh, ich weiß nicht. Das ist ja nicht hier. Sicher nicht hier. Bin dann irgendwo da draußen. Halt, da war noch was. Ei, der Daos, ey. Okay. Ist hier irgendwas? Ja, hier gefällt mir das. Habe ich wenigstens Deckung. Die Öle nehmen wir. Oh, das ist jetzt nichts wichtiges. Nichts wichtiges. Edition Currency. Und... Rare Weapons. What? 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 Ah, okay. Das ist der Boss. Sorry. Passt schon so. Egal. Los geht's. Habt ihr nicht gesehen, oder? Aber ich hab das geahnt. Ich glaub, den schaffen wir nicht. Aber wir versuchen's. Egal. Wir können ja mal gucken. Ah, ich glaub nicht, dass wir den packen. Da bin ich ganz ehrlich. Guckt euch das an, was der aushält. Du kannst mich mal, Kollege. Hm, dumm hier auch. Wir haben nur noch zwei Portals, ne? Also wird eng. Klar, schielte ihn doch noch. Alter. Dagegen ist Shaper nix, ey. Boah, die sind so übel, ne? Aber ich meine, gut, ich bin Gott sei Dank nicht der Einzige, der von denen auf die Fresse kriegt. Ich hab gestern Methily gesehen. Und der ist nur wirklich gut. Ähm, der hat auf einer niedrigen Stufe von einem Metamorphen, keinem hohen, das ist ein Shaper noch relativ neu, aber der hat auch Kohle ohne Ende. Ähm, hey, ich hab ihn. Okay. Okay. Ähm, der hat, äh, übelst auf die Fresse gekriegt. Bei einem 73er. Wir sind jetzt 83er, ne? Nur mal so am Rande. Äh, also das ist schon eine Nummer hier. Und Methylification ist ja nur wirklich einer der besten Spieler. Ja, äh, vielleicht ein paar Infos zum Charakter. Äh, ist ein Necromancer-Bild, wie ihr unschwer erkennen könnt. Hm. Haupt-Damage von den Slave-Drivern. Äh, ich weiß nicht, was ich noch so groß erzählen soll. Ich meine, äh, den Bild, den werde ich einfach mal unten drunter verlinken. Dann könnt ihr euch den angucken. Ist ja nicht von mir. Der ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. An meinem eigenen hab ich ja gebastelt. Den hab ich ja wieder ein bisschen verkackt. Äh, vielleicht kommt noch mal ein eigener irgendwann von mir. Aber, wenn ihr Fragen haben solltet oder irgendwie Hilfe brauchen solltet, könnt ihr euch jederzeit mal an mich wenden, ne? Ist klar. Und wenn ihr das mögt, was ich hier gemacht hab, und, äh, allgemein, könnt ihr ja mal ein Like dalassen, wenn ihr wollt, ne? Oder ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.